Ein wunderschöner Sommertag an euch allen. Heute ist es richtig extrem warm. Es soll heute 29 Grad oder 27 Grad werden. Ja so um die Kante. Und ich suche jetzt gerade die Sonne. Da ist die. Diese bleibt und lebt. So. Wir haben sternklaren Himmel. Es sind keine Wolken mehr im Himmel. Außer diese hier diese Schleuerwolken. Sieht man jetzt nicht von der Sonne. Aber das sind Schleuerwolken. Wunderschöne Hitze heute. Soll höchstens bis 29 Grad werden. Könnte 26, 27 sein oder 28. Ich weiß es jetzt nicht. Aber ich schätze mal es ist 28 oder 27 Grad. Und da hinten sitzt wieder so ein Vogel. Und da fliegt jetzt weg. Wünsche euch allen ein schön sonniges Wochenende, einen schönen sonnigen Freitag. Lass es uns gut gehen bei der Hitze. Und sage mal bis dann. Weil so viel Zeit habe ich heute auch nicht, weil ich ewig gleich wieder Besuch kriege.